Herzlich Willkommen zurück und wieder zu WOW1505. Heute heißt es Twist and Shout. Im Level 2 unserem Fitnessstandard haben wir MRAP 12 Minuten aus 10 Kettlebell Swings und 20 Madball Russian Twists. 20 14 Funkball und 24er 16er Kettlebell. Im Level 1 bleibt alles gleich. MRAP 12 Minuten, 10 Kettlebell Swings, 20 Madball Russian Twists, 14,8 Pfund bzw. 16,12,12,8 Kettlebell. Das Level 3 wird aufgestockt auf 30,20 Pfund bzw. 32 und 24er Kettlebell. Warm-up für Twist and Shout. 10 Good Mornings, 10 Kettlebell Deadlift, 10 Good Mornings with Twists, 10 Russian Kettlebell Swings, 10 Good Mornings, 10 Kettlebell Swings. Flexibility, General Flexibility Routine 1. Core Strength. Ein Beispiel, das simpel nicht easy heißt. Tabata Blank Code. So hat sie aus. Danach gehen wir die Mechaniken durch. Von Kettlebell Swings Russian Twist und eine Runde Konstanz. Die Höfte 15 und dann geht es los. Von der Strategie her. Die Kettlebell Swings. Da solltest du ein Gewicht haben, das du auf jeden Fall jedes Mal durchbringen kannst. Ebenso die Russian Twist. Darum hast du das Ding ja Twist and Shout. Du wirst auf jeden Fall Twisten und ab einem gewissen Punkt werde ich dir auch mal Shouten und Schreie ausgelassen. Schnauben dazwischen. So viel oder so lang wie notwendig. Aber das Ding sollte und ist ein voller Sprint. Keine Trinkpause, gar nichts. Zwölf Minuten am Abschalten. Einfach nur durchdrehen. Wir sind wieder gespannt auf eures Kurs. Und heute 15.05. kommt der Erlass raus über die Öffnung von Indoor Sport Arenen. Sowas, was wir auch sind. Sobald offiziell alles draußen ist, werde ich ausschreiben, wann wir wieder öffnen. Wir gehen davon aus, dass es der 29.05. ist, quasi heil in zwei Wochen. Endensicht. Yeah! Und ja, also schaut bei e-mail bzw. Fortify werde ich dann announcen, wo wir den endgültigen Vorplan zur Wiedereröffnung, zur Vereinigung kriegen. Übrigens, 29.05. ist gleich Memorial Day. Was für ein großartiges Datum. Okay Leute, wir sehen uns morgen wieder zum Bootcamp Live. Bis dahin, stay crossfit. Tschüss!